Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Let's Play 7 Days to Die. Hallo lieber Flauzi. Hallo. Aua. Ich hab das Gefühl, ich hab auf einmal zwei Scheitel. Du hast doch den coolen Dingshelm auf. Aber durchgestochen. So, jetzt hast du drei Augen. So, ich bin hier gerade dabei das hier zu machen. Ich hab erst gedacht, ich kann es eigentlich nicht mehr machen, weil dafür brauchte ich geschmiedeten Stahl. Und um diesen zu machen, an der Schmiede hier vorne, brauchen wir tatsächlich erst einen Schmelztiegel. Das ist dieses schöne Teil hier. Den haben wir allerdings noch nicht und den kann ich hier kraften, wenn ich das erforderliche Rezept habe oder fortgeschrittene Ingenieur weitergeskillt habe. Deswegen dachte ich kurz, kann heute leider doch nichts werden. Aber ich hab in der Truhe doch noch genau zehn geschmiedeten Stahl gefunden, die ich benötigt habe, um die Sachen herzustellen. So, und ich hoffe vor allem, dass das jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten ist das natürlich auch doof. Ne, für ein Jagdgewehr Stufe 4 brauche ich jetzt zehn Jagdgewehrteile. Das wird ja immer mehr. Toll. Was für ein Jagdgewehr Stufe was? Stufe 4 brauche ich zehn Teile. Und was hast du jetzt? Ja, jetzt habe ich Stufe 1, aber... Hä, du hast doch gesagt, du brauchst noch eins. Also ein Jagdgewehrsunternehmen, dann könntest du das machen. Ja, ja, da war damals für die Stufe 3 brauchte ich auch nur sechs, jetzt brauche ich zehn. Aber ich wusste nicht, man kann nur das machen, was man aktuell dann... Man kann nur das Vierer machen, ne? Man kann nicht zurück auf Nummer drei. Das ist ja blöd. Na ja, gut. Na, toll. So, lieber Flauzi, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, Geschenke. So, probier mal, ob du das hier verwenden kannst. Na, ist das was? Wenn die Gesundheit unter sich wird alles... Oh. Wo muss das dran? Das kannst du, ähm, also auch wieder mit den Waffen modifizieren. Also das ist wahrscheinlich was für die Schlagwaffe, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, womit du immer im Nahkampf kämpfst. Also mit diesem, mit deinem Hammer wäre das vielleicht etwas. Also an meinen Knüppel konnte ich es anbringen. Wenn da schon was drin ist, dann... Na ja, gut, ich weiß ja nicht, wie viele Slots du hast. Also ich habe zum Beispiel zwei Modifikationsslots, die habe ich jetzt beide belegt. Ja, ich habe nur einen. Musst du dich die Waffe denn dabei tragen oder reißt du sie von der Waffe ausgerufen? Na, ich gehe davon aus, dass du die tragen musst. Also... Ja, gut, ich weiß natürlich nicht, was ich höchstens mal machen kann. Aber das wirst du wahrscheinlich selber können. Munition, Waffen, Pistolen, primitiver Bogen, Schockstab. Kannst du eigentlich einen Eisenstab-Vorschlaghammer am besseren machen? Ich gucke gerade. Nein. Ähm. Was hast du denn jetzt für eine Stufe? Zwei. Ne, ich kann zwar Eisen... Ah ne, ich kann es nicht machen. Dafür muss man Schädelbrecher skillen. Also du kannst den wahrscheinlich hier machen. So. Du hast doch Schädelbrecher geskillt, oder? Ja. Weil du brauchst, du musst nämlich Schädelbrecher skillen, damit du hier an der Werkbank einen besseren Vorschlaghammer machen kannst. Oh, ja tatsächlich. Wie viel geschmiedetes Eisen haben wir denn? Geschmiedetes Eisen? Ähm. Wie viel brauchst du? 75. Ist das viel? Pfff. Pfff. Nein. Nein. Okay, ein Stein-Shot. 75. Boah. Ja, muss ich mal gucken, was ich noch nicht habe. Ja, muss ja jetzt nicht sofort sein. Ja, ist ja... Irgendwann, wenn du mal was übrig hast. Wäre dann nämlich Stufe 4. Ja, das... Nein, das machen wir jetzt mal. So. Ich kann das ja mal hier anschmeißen. Äh. 75 brauchst du? Ja. 75. Und 5 mal Klebeband. Hoch noch. Ist, äh, sehr anspruchsvoll, der Gute. Ja, ich kümmere mich. Also du brauchst 75 geschmiedetes Eisen und 5 Klebeband. Brauchst du noch etwas? 5 Leder. Und Holz. Leder, äh, ist... Holz habe ich selber. Ja, Leder ist auch kein Thema. Da haben wir auch mehrfach genug von. So. Dann, äh, komm mal hier. Da. Das sind die 5 Klebebanden. Ja, das Eisen, das braucht leider ein bisschen. Also das muss natürlich erstmal gerade köcheln. Lass es mal köcheln. Ich werde mich zu gegebener Zeit bei Ihnen melden. Alles klar. Ähm, okay. Jetzt wollte ich ja in der heutigen Folge auch einen Generator machen. Aber? Nix aber. Dafür brauche ich geschmiedetes Eisen. Was? Aber nur 15. Der Herr. Geht nicht alle so anspruchsvoll wie du? So. Ja, komm, ich bleibe hier nochmal im Inventar. Ist egal. Okay, ähm. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. So, ja. Wichtig ist, dass ich mir sowieso erstmal... Ich muss mir erstmal ein Verkabelungswerkzeug machen. Ähm, wo habe ich das denn? Wo war das Ding gewesen? Das habe ich doch irgendwo... Drahtwerkzeug. Okay, hier. Ähm, mit dem Drahtwerkzeug kannst du elektrische Bauteile bei Drahtenteil findest du mir... Ich glaube, ich mache das doch noch nicht. Okay. Ich brauche dafür geschmiedeten Stahl. Mein Gott, ey. Ich könnte mir jetzt... Ich kann mir die Sachen zwar herstellen, aber ich kann sie nicht miteinander verbinden, weil ich dafür erst ein Drahtwerkzeug benötige und das kann ich mir nicht herstellen. Liebe Freunde, das wird heute leider doch nichts mit dem Generator. Es tut mir sehr leid. Aber der Flauzi kriegt da einen neuen Hammer. Oh, einen dicken Hammer. Ja, damit er... Damit er mir hier morgens nicht heimwerkern kann. Ja, ich brauche nämlich noch ein Bild aufgehangen. Lalalalalala. Okay, ähm... Ja, kann ich die Sachen eigentlich gerade erst mal wieder zurückbringen? Ach, meine Nase juckt die ganze Zeit. Die Allergie macht sich doch bemerkbar. Es ist ja aktuell wieder Heustupfzeit. Das ist richtig. Ja, dann können wir ja vielleicht in der heutigen Folge nochmal, lieber Flauzi, zum Händler fahren und die Quest abzugeben. Das ist auch richtig. So, komm schon. Komm schon. Komm. So. Alles klar. So, wo bist du denn? Oh, komm, ey. So, wo bin ich eigentlich? Schieß Scharte aus Eisen. Oh, das dauert fünf Minuten. Das geht ja noch. Ist ja nichts mit dem Verhältnis zu der Eisenbrücke, die dann irgendwie eine halbe Stunde dauert oder sowas. Ähm. Hm. Pro Plan Ambos. Äh, Mann ey, ich will hier nicht diese, 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 ähm, Messbecher finden. Normal müsste man sich doch so ein Messbecher doch eigentlich auch mal aus Plastik machen können oder nicht? Man, du findest überall immer Plastikreste, aber ein Messbecher draus machen? Nein, warum auch? So, so, Minütchen noch, dann ist das Eisen hier durch. Dann kann ich die Schmiede ausmachen, dann können wir von meiner los. Hier hält mich nichts mehr. Nicht? Ne, ich bin frustriert jetzt, weil ich das, äh, weil ich den Generator nicht bauen kann. BZW, das Drahtwerkzeug. Ah. Vielleicht können wir ja mal beim Händler noch irgendeine Quest oder sowas annehmen. Irgend so eine richtig harte. Achso. Noch was für die harten Jungs. Ja, also wenn ich überlege, das mit den Krankenschwestern ist Mittel gewesen. Also ganz im Ernst. Also das ist ja lächerlich. So. Alles klar. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, komm, also eben nochmal schnell hier. Ah, nicht, nicht R. Ah, das ist mir vorhin inzwischen in den Aufnahmen. Mir ist es passiert, ich wollte was aus dem Kühlschrank essen. Und hab dann anstatt A, hab ich R gedrückt. Und mit R nimmt man ja alles aus dem jeweiligen Container raus. Und da hatte ich erstmal den kompletten Kühlschrank im Inventar. Mussten das dann wieder so einsortieren, wie es vorher gewesen ist. Oh nein, jetzt hab ich auch ein Fahrrad repariert. Ja, das ist meins gewesen. Danke. Hat 1% Schaden gehabt. Ja, super, das wollte ich gar nicht. Dann sind wir jetzt hier wieder quitt. Ne, auf jeden Fall, ähm, ja, hab ich dann, ja, okay. Hab ich dann alle Sachen wieder rein sortiert gehabt. Und hab dann gesagt, so, jetzt esse ich was. Hab dann wieder drauf geklickt und wollte gerade, ja, essen. Aber anstatt A hab ich wieder R gedrückt. Und da hatte ich wieder alles im Inventar. Und deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen, äh, gestraftes Kind. Wenn es darum geht, äh, nicht alles aus dem Container rauszunehmen. Meistens braucht man ja den R-Knopf, gerade wenn du am Looten bist. Aber in diesem, in dieser Hinsicht war es dann doch besser eigentlich, dann eher, äh, dann nur auf A zu drücken. Ach, ist das hier schön, lieber Flauzi. Hat ein bisschen was vom Meteoriteneinschlag, finde ich. Vor allem, wie es schlagartig dann immer so dunkel wird. Also von jetzt auf gleich, als würde jemand einen Lichtschalter betätigen. Ja. Guck mal, da ist wieder einer vom Burning Man Festival. Mitarbeiter. Also ich glaube, jede, ähm, Hemisphäre auf der Map hat nochmal ihre eigenen, äh, Special Zombies. Hier gibt es ja diese brennenden, im Schneegebiet gibt es dann ja diese, diese Yeti, äh, Zombies. Was es wohl in der Wüste gibt? Puh, vielleicht so mumieren oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder halt so total vertrocknete, so ganz krüppelige oder so. Ich weiß es nicht. Ist auch die Frage, was haben wir in dem, in dem, in dem normalen Gebiet, also in diesem, äh, in diesem Grasgebiet für Special Zombies, haben wir da überhaupt einen? Ja, wollte nicht, vielleicht diese Sprenger. Nee, das sind ja, das sind ja richtige Special Zombies. Diese, diese, die ich ja jetzt meine, diese Gebiet-Zombies, die sind ja so wie jeder andere auch, nur die sehen halt etwas anders aus. Vielleicht die Runde? Ja, glaube ich auch nicht. Also ich könnte mir ja auch vorstellen, so diese, weiß nicht, vielleicht so ganz normale einfach. Ja, oder einfach so diese Kapuzen, Heinz oder so. Also ich habe keine Ahnung, also irgendwas ganz normales halt. So, nicht mal einen Fahrradständer hat der Gute hier. Weiß ja, er steht mitten auf dem Weg. Huch, hier fehlt was runter. Musst du dich mal vordrängeln? So, ja, auswählen. Irgendwelche Aufgaben. Mal gucken, was hat denn der? Ja, nur Stufe 1 Aufgaben. Boah, vergrabene Vorräte, vergrabene Vorräte, vergrabene Vorräte, abholen. Ja, komm, lass doch mal noch eine vergrabene Vorräte machen, weil ich kann Schätze nämlich aufspüren. Oder hast du deine Schaufel nicht mehr dabei? Nö. Ah, ist natürlich doof. Guck mal, was ist denn so eine Quest eigentlich? Ja, aber die ist im Mitteln, also von daher. Ja, sonst kommst du halt mit so ein... Keine Ahnung, buddelst mit der Hände oder so. Keine Ahnung. Welche denn? Die nächste mit den 200 noch was Metern habe ich jetzt. Hey, Jerk. Ich hätte einen kleinen Zusammenstoß mit einem Lakaien, der Cassadores. Er konnte ihn abschütteln, aber musste in die Lieferung vergraben. Ich bin nur an unserer Lieferung interessiert, bla bla bla. Ja, gut, okay, die... Das hat der ja schon mal alles gesagt. Toll, jetzt müssen wir noch in den Norden. Hey, wo bist du? Hä? Bei mir ist der Stadt hier hinten. Hä, bei mir ist der im Norden. Hä? Hast du eine andere Aufgabe? Vorräte aus White River habe ich. Ja, ich auch. Hä? Hä? Was zum... Naja, ich folge mir mal gucken. Äh! Ach! Ich komme hoch. Hätte ich besser zu Fuß gehen können eigentlich. Ich bin so runzelig, wie das hier ist. So. Dass man überhaupt mit Fahrrad da fahren kann. Äh! 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 Okay, hier komme ich nicht hoch. Kann ich dann hier irgendwo... Ja. Muss ich ein bisschen, ein bisschen Umweg fahren. So. Jetzt stehe ich mal mit meinem Fahrrad. Ja, wie ist es ganz woanders. Hier. Parat. Hä? Bei mir ist das... Hier. Hier. Irgendwo. So. Also hier irgendwo soll der Schatz sein. Stufe 1. Vergrebene Vorräte. Vorräte aus White River suchen. 457 Meter entfernt. Hä? Das macht keinen Sinn. Kann ich dir sonst die Questi, ich habe, teilen? Äh. Nö. Quest entfernen, auf Karteanzeigen? Nee. Du kannst auch ruhig sonst zu deinem Ding gehen. Das ist ja sonst doof, wenn du jetzt hier effektiv davon nicht hast. Sonst ruhig doch eben von zu Hause. Oh, so wichtig ist mir das zu Hause. Ja, gut. Es ist, äh. Ich, äh. Dachte nur so, weil für dich ist das ja jetzt sonst doof, also. Du hast dann hier effektiv. Wie du jetzt findest. Gucken, dass ich überhaupt was finde. Ach, weißt du, warum mich das erinnert, lieber Flauzi? An unsere schöne Grabenfolgen. Oh. Das war ja auch ein Träumchen. Ja, ne? Ich fand das auch klasse. Was hältst du davon, wenn wir vielleicht um den Graben... Nein. Du hast doch gar nicht zugehört, was ich sagen möchte. Abgelehnt. Aber wenn wir um den Graben nochmal... Ja, aber, aber... Nein, nix, aber. Aber ich dachte... So, um den Graben vielleicht nochmal einen kleinen weiteren Graben. Nee. Niemals. Ach, sei doch nicht so. Du alten Schmollmaul. Los, Helmut, schneller. Übrigens, eigentlich warst du, glaube ich, Helmut gewesen. Oh. Aber... Ja, ich überlege aber auch immer... Wie hieß ich denn nochmal? Oh, ich mach ja schon. Äh, mein Gott. Oh, da kommt einer. Leu, wie der einfach runtergejumpt ist. Fuhu. Du musst doch langsam mal was kommen. So bist du. Ich bin durstig. Mal was trinken. Ach, der haut. Ey, du. Was ist denn erledigt? Sehr nice. Ah, hier musst du doch irgendwo langsam mal... Ja, Mensch. Vielleicht ist doch deine Quest verpackt. Glaub ich nicht. Muss ich ja sagen, das Spiel hat ja eigentlich sehr, sehr wenig Bugs. Das stimmt. Einzige, was nur ein bisschen merkwürdig ist, ist diese Bären-Quest. Aber das kann auch wirklich daran liegen, dass wir einfach das falsche... den falschen Bären erwischt haben. Ja, wahrscheinlich sind das wirklich echt so diese normalen Bären, weil... Ich weiß nicht, gibt es hier eigentlich auch sowas wie Wälder, weil das sind ja jetzt ja eigentlich mal nur so Felder. Wälder oder Felder. Na ja, ich sag mal so, es gibt hier sehr, sehr, sehr viel auf dem Map, ne? Oh, oh, oh. Ein Flugzeug. Wo? Wo? Da, über uns. Oh, der ist abgeschmissen. Ja, der ist überhaupt schon abgeschmissen. Oh, so, ja. Ja, ich glaub da hinter dem Baum. Ah, ah. Guck mal, hast du auch noch mal was nützliches, was du machst? Ist ja diesmal relativ nah bei. Stimmt. Kannst du ja mal erzählen, was drin war? Ja, wahrscheinlich wieder nur Klappen. Na ja, gut, Essen und so ist jetzt ja nicht schlecht. Vielleicht ist da ja ein Messbecher drin. Das wäre natürlich, äh... Dann würde ich dem Piloten einen Kuss geben. Hier liegt ein Stein, den nehme ich jetzt mal. So, aus Prinzip wahrscheinlich. Ja, das ist ja gar nicht. Mein Gott, das fällt aber ziemlich langsam. Ich könnte mir nicht schöneres vorstellen als zu graben. Zu graben. Zu graben. Zu graben. Zu graben. Ja, von zu graben. Was? So. Was ist drin? Oh, ja. Ja, ganz viele Dosen. Butter. Kriegstatt muss repariert werden. Ich sollte mal wieder ein paar Reparatur-Kits machen. Ich habe nur noch eins. Was soll hier irgendwo sein? Der Radius wird immer kleiner. Na ja, gut. Ich habe hier auch schon ein kleines Loch ausgehoben. Wo ist die? Ah, ich habe ihn. Okay. Jetzt geht's. Wasser, Dose Nudeln, Dose Miso-Suppe, Glas Honig, Dose Bier, Rezept für Chrysanthensamen, und großvaters irre soße und vorräte halt für die quest also da unten ist noch eine truhe ist die truhe kannst aber reingucken ob für dich da drin ist nicht das ist ja strange so dann fahren wir die mal eben abgeben ist trotzdem für dich doof wenn du jetzt da quasi nichts von hast naja zumindest haben wir natürlich vorräte bekommen man muss ja auch überlegen wenn wir da nicht hingefahren wären dann hätten wir die vorräte vielleicht gar nicht geholt wie er sofort hinterher kommt mit deinem komischen brot was da über deinen reifen fliegt hör mal ey verkehrsrauni ich glaube es hackt heiligen gott ey jetzt gibt der wieder das sputet er wieder das sind mal die leute die rechts überholen und so ein zeug wasser idiot like you vor allem der hat jetzt auch gar keine weiteren aufgaben mehr erster hilfe verband und eine doppelläufige schrotflinte ich glaube ich bin tatsächlich mal die schrotflinte fernkampf schaden einfach nur weil die andere munition hat die anderen seite die macht nicht sehr viel damage ist halt nur für den nahkampf gedacht ja gut aber ich eine alte rosse rostige doppelläufige eignisse nicht gut für den nahkampf gemetzel was willst du nehmen vier erste hilfe verwendet oder eine doppelläufige schrotflinte stufe 1 ich bin hin und hergerissen ich weiß es nicht ja wie oft nutzt du denn diese schrotflinte dann naja ich versuche ja immer nach möglichkeit auf nahkampf zu gehen ach komm ich meine für äußerste notfälle ich nehme ich nehme die schrotflinte so bei mir hätte er aber ganz normale aufgaben also insofern naja aber ich lasse es jetzt mal wenn ich die abbreche ich bin doppelhaft will ich die nämlich aber die ich abgebrochen habe die zeigte mir auch nicht mehr an ok ja gut die ja ich meine wenn du eh keine schaufel hast dann bringt das ja sowieso nichts und willst du das tun wie sieht ihnen jetzt aus da natürlich noch keine munition dafür ok ja aber ein bisschen erfahrung hat das gegeben jetzt habe ich aber jetzt gucken ich habe schon zwei erfahrungspunkte wieder das ist schon nice das ist schon nice ah gott oh gott oh gott hier sind sie am radeln aber ist schon nicht schlecht die fahrräder das stimmt also wenn wir immer noch und hoppet wäre bestimmt auch lustig ja oder wenn wir später mit dem truck fahren mit so einem schönen jeep ja oder mit diesen komischen hubschrauber oder sowas muss man nicht mal einzeln fahren ja das stimmt vielleicht kann man ja auch zu zweit auf dem moped fahren wer weiß ja du kannst auch sein kann ja auch sein dass man sich zu zweit draufsetzen kann verstehe auch nicht auf dem fahrrad kannst du auch zu zweit fahren einer hinten auf dem gepäckträger und ab geht die post hm ich meine wofür haben wir überhaupt einen gepäckträger ja für die sachen die du mitnehmen möchtest ja dann würde ich lieber so ein trendiges körbchen vorne am lenker haben kannst du ja auch so blumen ans lenkrad machen ja ich habe tatsächlich eine eine arbeitskollegin von mir hat das die hat so ein blumen lenkrad ja und das so babyblauen fahrrad ton oh oh gott also das fahrrad ist hat so ein satz so ein türkis babyblau und und ja wie gesagt so ein so ein blumen lenkrad und fahrradkorb vorne dran oh ne das traurige ist die ist die ist nicht viel älter als ich bin ich jetzt alt oder weiß ich nicht ja gut ich weiß jetzt und typisch alt oh ich höre doch hier eine streierin irgendwo ach nö ach da unten im graben ach so ja ja unter dem baum auch ein bisschen verpeilt tja einmal auf umgegeben und weg hier kommt man nicht raus dann muss ich wieder hier hinten raus gehen so huch oh nice hast du hier ein zau gebaut das ist mein beet willst du hier Ackerbau betreiben es wird ein beet es ist nochmal wert ja nein was haben wir denn hier Kürbissamen, Maissamen, Maissamen, Heidelbeersamen ja nein soll ich was da draufhauen ne ah ja ne ich will ja auch dass es was wird das soll ja schnitke werden wieso so jetzt die ganzen Dosen die passen gar nicht auf den Kühlschrank ach ja ich hab ja auch noch welche aber kann auch kein Kühlschrank bauen ich hab schon geguckt einfach so ein Getränk ja gut du könntest man kann so ein Getränke ähm ja das stimmt stimmt das wäre die Idee Getränkekühler kann man bauen ich weiß nicht das ich glaubst du bist ja gar nicht ne ich guck mal äh da könnte man zum Beispiel ja die ganzen Getränke mal antun äh helferblock verschiedene Metalle äh 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 alles klar das sollten wir hinkriegen so ich kann meinen Hammer ja mal abholen hammer hammer ein super hammer so du bist hammerbammer hammerbammer ich weiß ich hab jetzt zwar nicht von dir gesprochen aber schön dass du dich angesprochen fühlst so ah der hat sogar zwei Modifikationsloss perfekt kann ich die gebreite da rein tun ja gucke mal tu ich aber hier guck gucke mal bist du aufmerksam ja warte ja ist zwar jetzt nicht so mega aber ich meine mal hin was man hat man na gut aber die wachsen ja eigentlich so überall ne ja kannst halt mal so ein paar blumenbeete machen hast du jetzt mal Rezept ja johu so ähm ach das ist so ein Ding ach so das wäre jetzt so ein Riesenteil na toll das kann ich da nicht rein stellen war das hier? wahrscheinlich auch nicht ne? da in die Ecke ach da wo es geht aber willst du den direkt neben den Ofen stellen? das ist ein Getränkekühler guck mal was ist denn hier unten? hier ist doch eh ein Loch kommt man denn auch noch dann vorbei hier? ach so ein Ding ist das na? ja perfekt ein integrierter oh Gott in der Wand ja natürlich weißt du was wir noch machen können? wir können ja jetzt hier einfach nochmal ähm ne die ganze Wand voll machen damit den Teil oh Gott weißt gar nicht was ähm 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 das ist egal ich muss doch nochmal wieder was trinken essen trinken so paar Bieren ich hab noch ein Glas Honig das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Miso Suppe ist das Dose Nudeln nom 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 ok ok hier haben wir das was also übrigens da unten in der Kiste ist in der rechten das äh nicht weg tun das brauche ich für das Beet unten in der Kiste weg tun welche meinst du? die Krabbelkiste hast du das dann irgendwie mal nach unten gepackt oder sowas? ja ja ok ja ich muss mal gucken ich muss am besten am besten wir machen da nochmal irgendwie eine andere ähm irgendwas hin wo du die Sachen lagern kannst weil ich nehm da immer aus den Krabbelkisten meistens immer alles mit äh äh raus als dass ich das alles einzeln drüber ziehe ja gut das stimmt das macht sicher Sinn ja da braucht man vielleicht noch nirgendwo Sinn ich dachte schon ne 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 achso ja ich seh grad äh ok das ist jetzt doof Sichtlechte reparieren hm ich hab gesehen das da der uuh hä ach was hm ja toll ja nice hm 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 mal hm hm hp hm 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 So. Hier noch. Da läuft ein Wolf. Ist das so? Ich muss... Na? Oh, das ist... Ei, ei, ei. Der lag jetzt aber auch quer. Manche, das ist doch jetzt kacke hier. Warum sieht man das denn da? Na. Oh, jetzt. Wolf gegen drei Zombies. Ach, kämpfen die gegeneinander? Nee, die laufen nur vorbei. Kann ich schon sagen. Das war's. So, ich wollte... Ah. Ach, das funktioniert leider nicht. Ja, okay. Ist ein bisschen blöd. Haben wir oben noch Holzrahmen? Äh, Stahlgerüstblock. Aber Holzrahmen... Aber Holzrahmen? Keine mehr. Äh. Ah, schade. Noch mal eben zwei machen. Äh. Holz. 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 Holzrahmenblock. So, dann reparier ich mal eben hier die Löcher, die ich da an die Wand gesenzt habe. Du bist durstig. Ich trinke etwas. Ja, das machen wir gleich. Ja, ist halt ein bisschen Patchwork mäßig jetzt. Sieht nicht ganz so doll aus. Aber... Ich hätte... Ich hätte gern... Äh, guck mal. Guck mal hier. Was ich jetzt Feines gemacht habe. Da. Ich hätte ganz gern hier noch an den Seiten was gemacht. Deswegen hier ein bisschen Patchwork. Das Problem ist, dass wenn ich hier ein Loch rein mache, das auf der Wohnzimmerseite zu sehen ist. Und da die von hinten, da die von hinten ja anders aussehen wie Holz, äh, sei das scheiße aus. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Okay. Ist leider ein bisschen, ein bisschen doof. Achso, ich sehe sowieso gerade, ähm, wir sind schon wieder bei fast 45 Minuten, lieber Flauzi. Eieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Aber, äh, wir könnten natürlich hier im Wohnzimmer vielleicht nochmal so ein bisschen was reinmachen. Ich habe noch zwei über. Und, äh, das ist die Frage. Wie viel habe ich hier noch? 1, 2, 1. Hier sind zwei Blöcke. Das heißt, so. Und hier haben wir... 1, 2. Okay. Das mache ich nur nochmal schnell. So. Und hier haben wir... Kunde? Kunde? Kunde, genau. Ich bin ein Kunde. Bitte haben Sie Geduld. Ähm. So, im Wohnzimmer? Weiß ich nicht. Ich hatte noch zwei über. So. Boah. Ich lasse dich... Die ganze Getränke wären jetzt auch da drin. Boah, geil. Wir hätten nie wieder Getränke sorgen in diesem Spiel. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir können ja die Nacht wieder mal mit ein bisschen Gravelkram verbringen und, äh, die Schreierinnen draußen ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Und nächste Folge... So sieht's aus. Äh, machen wir dann wieder bestimmt ganz spannende Dinge. Joach, bestimmt mal wieder einen Ausflug. Joach, das können wir auf jeden Fall mal machen. Ich hab mal wieder Lust auf ein bisschen Duden in der Stadt oder sowas. Haha, lange Lutfinger mal wieder. Ja, ich will immer noch mal einen Messbecher haben, damit ich hier die Chemiestadt zu bauen kann. Und, und ich brauche einen Schmelztiegel auf jeden Fall, äh, damit ich, äh, damit ich auch den, den Stahl machen kann. Damit ich dann auch irgendwann hier mal mit der Elektrik anfangen kann. Ne, damit wir auch hier mal irgendwas mit Elektro haben. Ja, 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 ja. Obwohl die Kühlschränke laufen doch bestimmt mit Elektro. Ja, das ist diese Solarbetrieben. Ach so, okay. Ja, ja, das ist, äh, Solarpanel und so weiter. Die nehmen einfach das Licht der Fackeln, saugen die auf und deswegen leuchten die. Ah. Das, 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 äh, ist hoch mit der Technik. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, nächste Folge geht weiter. Und, äh, danke fürs Zusehen an dieser Stelle. Und, äh, ja. Ich hoffe, du bist nächste Folge auch wieder mit dabei, lieber Flauzi. Ja, ja, ja. Ja, eigentlich gut. Ja, ja. Okay, ähm, äh, tschüss, liebe Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.